Wir schauen uns heute das Sonderproblem der Influencer an und ich hatte schon im letzten Video gesagt, bei den Influencern gibt es ja so vier Besonderheiten, die wir in der Klausur zu berücksichtigen haben. Das machen wir anhand eines Beispielfalls, nämlich diesen hier. Influencerin I postet ein Bild auf Instagram mit einer Handtasche von Louis Vuitton. Für den Post erhielt I von Louis Vuitton einen Betrag von 2000 Euro und die Handtasche. Der Post ist mit dem folgenden Text versehen. Die beste Handtasche auf www.LouisVuitton.de gibt es diese Woche 15% Rabatt auf Handtaschen. Hashtag Handtasche, Hashtag Louis Vuitton, Hashtag Ad, Hashtag Rabatt, Hashtag 15%. Der Verbraucherverein sieht in dem Post eine Schleichwerbung und verlangt Unterlassung, Komma, zu Recht. Das ist der Fall und zunächst einmal, bevor wir in die Anspruchsgrundlage kommen, stellen wir uns die Frage, wo liegt hier der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit, nämlich für die Abgrenzung zwischen der aktiven Irreführung nach § 5 UWG und der Irreführung durch Unterlassen nach § 5 AWG müssen wir auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit gucken und hier liegt ja wohl der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit darauf, dass die Influencerin hier nicht geschrieben hat, das ist eine Werbung für Louis Vuitton. Das hat sie ja nicht geschrieben. Hier liegt der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. Deswegen ist die richtige Anspruchsgrundlage hier 8.1 für den Unterlassungsanspruch und dann 3.1 in Verbindung mit 5A UWG für die Unzulässigkeit. Das setzt voraus, dass eine wesentliche Information vorenthalten wurde und das von Relevanz für die geschäftliche Entscheidung war. Okay, erster Prüfungspunkt ist die geschäftliche Handlung. Schauen wir uns die geschäftliche Handlung an. Hier gibt es ein Problem. § 2 Absatz 1 Nummer 2 UWG definiert die geschäftliche Handlung und das ist dann jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens und dann bei, nach oder vor Geschäftsabschluss und dann noch Förderung des Absatzes und so weiter und so weiter. Okay. Und hier liegt das Problem in diesem zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens. Weil hier haben wir natürlich ein Handeln zugunsten der I, aber auch zugunsten von Louis Vuitton. Das ist natürlich hier eine Frage. Zunächst einmal das Handeln zugunsten der I. Ich habe hier schon ein Plus gemacht, weil man könnte ein bisschen problematisieren, ist die Influencerin I denn überhaupt ein Unternehmen? Und ein Unternehmen ist auch legal definiert, nämlich 2 UWG Nummer 8. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person, hier natürliche Person, die geschäftliche Handlung im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt und jede Person, die im Namen oder Auftrag einer solchen Person handelt. Und hier 2 Absatz 1 Nummer 8 UWG. Die I wirbt hier gegen Entgelt für fremde Unternehmen. Daher ist sie Unternehmen im Sinne des 2 Absatz 1 Nummer 8 UWG. Und diesen Post macht sie auch zugunsten ihres eigenen Unternehmens, weil sie natürlich jetzt hier in diesem Fall Entgelt erhält und ihre eigene Marke wird auch gestärkt. Somit können wir hier das Handeln zugunsten der I bejahen. So, das war dieser erste Punkt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und hier müsst ihr aufpassen. In diesem Fall haben wir es super einfach, weil die I erhält 2.000 Euro und die Handtasche geschenkt. Natürlich handelt sie dann auch zugunsten von Louis Vuitton. Wenn sie aber die Tasche selbst kauft und dann diese bewirbt und dafür nichts erhält, also sie kauft das einfach nur von ihrem eigenen Geld und macht dann davon Fotos, dann handelt sie nicht zugunsten von Louis Vuitton. Genau, aber hier erhält sie natürlich Geld und die Handtasche, deswegen ist es unproblematisch. Hier liegt eine geschäftliche Handlung zugunsten von einem fremden Unternehmen auch vor. Genau, selbst wenn sie keine 2.000 Euro bekommen würde, sondern nur diese Handtasche bekommt sie geschenkt, handelt sie trotzdem noch zugunsten von Louis Vuitton. Wenn aber sie weder Geld erhält noch diese Handtasche, dann handelt sie nicht zugunsten eines fremden Unternehmens. Hier gibt es noch eine Ausnahme, nämlich den werblichen Überschuss. Wenn ihr da wirklich mehr dazu wissen wollt, dann müsst ihr im Kommentar mal nachschauen. Ganz kurz erklärt, der werbliche Überschuss, das sind solche Fälle, wo man wirklich nur Positives sagt. Also man verlässt wirklich den Boden der Sachlichkeit und sagt, das ist das Beste seit Dekaden. Dieses Produkt stellt alle in den Schatten und die nächstbeste Alternative, die lohnt es sich nicht mal irgendwie in Betracht zu ziehen. Irgendwie sowas. Also komplett abgezogen, komplett positiv, dann gibt es hier so eine sehr, in der Literatur sehr kritisierte Ausnahme des werblichen Überschusses. Okay, möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Wir machen weiter in unserem Schema. Also, wir haben die geschäftliche Handlung bejaht. Wir kommen zur Unzulässigkeit. Hier gibt es bei der schwarzen Liste nichts. Oder zumindest sagen wir jetzt einfach mal, dass nichts in Betracht kommt. Ich habe nicht nachgeguckt. So, dann Paragraph 3 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraph 5a UWG. Und hier wieder auch weitere Probleme. Bei Influencern stellt sich jetzt die Frage, ja was ist denn die wesentliche Information, die hier vorenthalten wird? Und hier ganz, 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 ganz wichtig. Paragraph 5b Absatz 4 UWG, der sagt ja, dass unionsrechtliche Verordnungen als wesentlich gelten. Also, der fingiert, dass alle unionsrechtlichen Sachen sofort wesentliche Informationen sind. Und mit diesem 5b Absatz 4 UWG inkorporieren wir jetzt eine unionsrechtliche Norm in das Lauterkeitsrecht. Und hier ist das bei den Influencern der 6 Absatz 1 Nummer 1 Telemediengesetz. Und dieser 6 Absatz 1 Nummer 1 Telemediengesetz sagt, Diensteanbietern haben bei kommerziellen Kommunikationen die Telemedien sind mindestens die folgenden Voraussetzungen zu beachten. Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche zu erkennen sein. Und das ist hier dieser Knackpunkt. Die wesentliche Information ist also die Information über die kommerzielle Kommunikation. Die, das ist eine wesentliche Information. Und da müssen wir uns jetzt fragen, wurde diese Information über die kommerzielle Kommunikation vorenthalten? Ist es hier klar, dass die I in kommerzieller Kommunikation handelt? Also wir sind beim Vorenthalten und hier fragen wir uns jetzt im Lichte von § 6 Absatz 1 Nummer 1 Telemediengesetz. Liegt ein Vorenthalten vor, wenn die kommerzielle Kommunikation nicht klar als solche zu erkennen ist? Habe ich gerade gesagt. Der Verkehrskreis, der hier maßgeblich ist bei den Influencern, ist § 3 Absatz 4 UWG ein durchschnittliches Mitglied. Und das sind hier diese Instagram-Nutzer und das sind wohl jugendliche Menschen. Jugendlich, klein, aber okay. So, das ist der Verkehrskreis. Diesen Ausgangspunkt haben wir hier. Und hier müssen wir wieder differenzieren. Also ihr müsst bei diesen Influencern immer zwischen der geschäftlichen Handlung zugunsten des eigenen Unternehmens und der geschäftlichen Handlung zugunsten des fremden Unternehmens immer, immer, immer differenzieren. So, kommerzielle Kommunikation zugunsten der I. Die ist hier aus den Umständen erkennbar, weil Instagram-Nutzer wissen, was ein Influencer ist. Jeder jugendliche Mensch weiß, aha, das ist eine Influencerin, die macht das natürlich auch für sich, um ihre eigene Marke zu stärken, um mehr Follower zu generieren, um dann mehr Reichweite zu bekommen und so weiter und so weiter. Also ihr wisst, was ein Influencer ist, ihr seid auf YouTube. So, also die Instagram-Nutzer wissen dies und daher ist aus den Umständen hier erkennbar, dass die I hier eine kommerzielle Kommunikation zu ihren eigenen Gunsten macht. Also hier in Bezug auf sich selbst liegt kein Vorenthalten vor. Das heißt in dem Fall, wo die I die Handtasche von ihrem eigenen Geld kauft, sie bekommt kein Geld von Louis Vuitton und es liegt auch nicht diese komische Fallgruppe des werblichen Überschusses vor. Was bei Instagram eh, ja, egal. So, dann haben wir immer diesen Fall und dann liegt nie ein Vorenthalten einer wesentlichen Information vor, weil aus den Umständen erkennbar ist, dass die I zu ihren eigenen Gunsten handelt und deswegen liegt dann kein Vorenthalten vor und dann ist der Unterlassungsanspruch unbegründet. So, allerdings hat die I hier ja Geld erhalten und die Tasche geschenkt bekommen. So, deswegen müssen wir uns jetzt fragen, diese geschäftliche Handlung zugunsten des fremden Unternehmens, zugunsten von Louis Vuitton, hat sie auch diesbezüglich die kommerzielle Kommunikation als solche, ja, erkennbar gemacht? Oder hat sich diese aus den Umständen ergeben? So, hier hat sie Hashtag Ad, also für Advertisement geschrieben in dem Text. Aber dieses Hashtag Ad, das reicht also überhaupt nicht aus, zumindest laut dem BGH, finde ich auch sehr nachvollziehbar, das reicht nicht aus, weil dieses Hashtag Ad ist im Text, das steht am Ende des Textes, man muss das durchlesen. Das ist auch noch das vierte oder fünfte Hashtag gewesen, also das erste Hashtag war beste Handtasche oder sowas, keine Ahnung und das vierte sagt dann Hashtag Ad und zudem ist es auch noch in englischer Sprache und abgekürzt, also dieses Hashtag Ad, damit macht sie definitiv nicht zu erkennen, dass sie zugunsten von Louis Vuitton handelt. So, dann stellt sich die Frage, ist das aber hier möglicherweise nicht noch aus den Umständen erkennbar? Weil sie schreibt ja 15% Rabatt und das ist die beste Handtasche, kauf diese Handtasche. Aber auch das reicht nach dem BGH nicht aus, weil die Nutzer müssen den Text ja erst lesen. Und häufig ist es ja auch so, dass man einfach nur diese Bilder sieht oder nächstes Bild, nächstes Bild, nächstes Bild, wie so ein, ja, also man liest gar nicht diese Texte so wirklich. Und deswegen ist hier nicht aus den Umständen erkennbar, dass eine kommerzielle Kommunikation zugunsten von Louis Vuitton hier vorliegt. Und deswegen liegt ein Vorenthalten bezüglich dieser kommerziellen Kommunikation zugunsten von Louis Vuitton vor. Es liegt kein Vorenthalten bezüglich der kommerziellen Kommunikation zugunsten von sich selbst vor, also zugunsten der I vor. Somit machen wir dann weiter, Relevanz, also hier dieses ist zu bejahen, dann Relevanz, liegt auch vor, wird indiziert, Aktivlegitimation, Verbraucherschutzverein, 8 Absatz 3 Nummer 3, genau Nummer 3 ist es. Und dann die Wiederholungsgefahr wird auch indiziert, weil eine wesentliche Information vorenthalten wurde. Und somit kommen wir zum Gesamtergebnis, dass der Verbraucherverein hier einen Anspruch auf Unterlassung nach 81315a Absatz 1 UWG gegen die I hat, bezüglich der kommerziellen Kommunikation zugunsten von Louis Vuitton, da diese nicht erkennbar wird, nicht erkennbar gemacht wird und auch nicht aus den Umständen erkennbar wird. Okay, letzter Punkt, man könnte noch an diesen 5a Absatz 4 denken. Unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Also dieser 5a Absatz 4 UWG, der scheint ja so, als würde er perfekt passen. Allerdings passt er nicht perfekt oder passt überhaupt nicht, weil § 5a Absatz 4 ist hier nicht anwendbar, weil der 5b Absatz 4 in Verbindung mit § 6 Telemediengesetz, das ist Lex Spezialis und verdrängt daher den 5a Absatz 4 UWG. Perfekt, das war es dann von dem heutigen kurzen Video. Kontrollfragen habe ich jetzt nicht gemacht, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, ihr könnt ein Like da lassen, das hilft mir wirklich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!